hallo und willkommen zurück zum hiesigen ja wir entdecken zur letzten folge aus generation zero alpine unrest aber nicht die letzte folge von generation zero möchte betonen denn ab morgen wird dann phoenix rising herlaufen das müssen wir natürlich für die twitcher an der stelle gesagt müssen wir das natürlich noch aufnehmen das werden wir dann nächste woche dann natürlich so also soweit zum thema was hier noch passiert auf dem kanal und wir ziehen los das ist gar nicht die straße nach westen nein so verkehrt die vollidioten müssen erst was stückchen hochfahren so wir wollen heute den rest der insel noch erforschen soweit wir es schaffen in einer folge es gibt noch drei locations kann man sagen wo wir noch nicht gewählt sind und die werden wir jetzt quasi hintereinander anfahren das eine location hier im süden einem norden und es ist die zweite bergspitze da sind wir meines erachtens auch noch nicht gewesen also habe ich kann mir ich glaube das ist ein dicker ja ich habe noch 15 ich könnte schaffen ich könnte schaffen ja das nicht geschafft ja 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 Das war's. 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 Jetzt habe ich die getroffen. Die Scheibe. Wir kriegen Besuch. Hier in dem Haus ist ein Sammeldingstand. Die Schreiber sind gut. Gut, wir müssen loslegen. Jetzt kommen wir weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was hast du denn da auf deiner Terrasse liegen, Alia? Was? Was hast du denn da auf deiner Terrasse liegen? Ja, ist doch schön, oder? Ja. Kostet viel, wenn man sich sowas kauft. Ja. Okay. 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 Oh, hier ist eine... Die Scheibe. Genau. Ja, ich habe auch schon drauf geschlossen. Und? Offen. Die 10. Sehr schön. Und du so? 3x10. Siehste? 3x10. Jetzt ist es 4x10. Ja. 2x10. 1x10. 2x10. Hast du die Kiste hier gesehen? Wo drin? Hier oben. Nein. Die Step. Ich guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Eigentlich nach... Hier. 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 So ein Teil. 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 Hier ist noch ein Sammelgegenstand. So ein Teil. 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 da waren es nur noch zwei oh fuck es 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 Was ist das?